einen wunderschönen guten hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge tbp 3 plus big pack so und bevor ich wieder vergesse ja ich weiß dass der schon aktiv ist wo ist er denn da wo ist er wo ist er wo ist er da gut augenblick ich hab's gleich ich hab's gleich ich hab's ja ich hab noch meinen timer gestellt ja so sieht's aus gut das loch ist jetzt mittlerweile fast zu jetzt müssen wir bloß noch hier warte mal hier hier ein da nicht da kommt noch eins runter weil die obere schicht möchte ich gerne mit erde haben und daher da kommt einer hin und kommt da einer hin und da hinten glaube ich einer und dann ausreichen du bist verbunden du bist verbunden anklicken dann ist man warum nicht ich glaube da kann kann ja ja keiner immer weg bitte moment dann machen wir dich mal so ja wer ist mit dem verbunden der mit dem der mit dem jetzt müsste bloß noch der fehlen ja irgendwie mag er nicht mag er das jetzt nicht so doof mal schauen was passiert einfach mal dran stellen warte mal schade da kann ich ja guck mal hier ok jetzt hat das mein gott walter manfred horst mensch kevin ja genau so erstmal wieder die ganzen dinge eingesammelt weil die brauchen wir später bestimmt sind die nicht aber ich wollte gerade sagen sie sind auch so teuer ja ja klar so machen wir hier zu dann hier noch zu und zu ab da ist auch noch einer und ja danke bitte so wollen wir denn lassen liegen ist nicht verschwendet ok was ja du hast nur eine fackel liegen gelassen oh egal so dann du erst mal auf ja genau dann kriegst du erst mal ein bisschen cobblestone und noch eine zelle konfiguriert hat dann mal auf normal ja normal genau so nee das war verkehrt da so jetzt hat jetzt fängt daran wie immer sehr schön das machen können was denn kommen wir mit rüber ok tatsächlich jetzt mal jemand das klingt gut ja das klingt gut oder kann ich jetzt auch meinen meinen jetzt habe mich dies ist immer wieder aufladen lassen ich habe gedacht er hätte so eine reichweite das nicht alles und ich muss ein guterik wichtig ist ja ja du selbst nicht voramethrower eleber musik Was für dich dann bei mir so schwache Energie gibt. Ja. So, ja, zeig mal her. Gut, ich guck ihn drauf auf den Tisch. Also, wir brauchen 6 Diablöcke. Okay. Dann war das, meine ich, so mit den 4-fach-Kompressten und hier 3-fach-Kompressten. Genau andersrum. Aha. Und wir kriegen einen Bedrockium-Barren. Alter, ist das teuer. Ja. Was? So. Und dann? Nimm den mal raus. Ja, 6 Stück habe ich. So, jetzt bist du ein bisschen langsamer, ne? Oh, ja. Oh. Soll ich denn hier Slowness? Slowness 4? Naja, du hast auch so einen dicken, hier Bedrock-Barren im Invertar, ne? 6 Stück. Weißt du, ob wir damit machen? Was denn? Damit machen wir jetzt hier mal ein schönes Drunk. Für das nutriend-gezeugter. Okay. So. Komm, mach hin, das wird schwer. Ja, Moment. Lass dir doch mal Zeit. Ah, cool. Wenn ich das hier... So. So. Ah, Bedrockium-Drum. Cool. 65.536 Buckets. Genau. Das ist richtig viel. Hm. Könnte man eigentlich für Spine nehmen. Wäre viel zu schade für das nutriend. Für euch. Das ist mir auch real. Ja. Mal gucken. Aber vielen Dank erstmal. Oh, jo. Doch einfach mal so eine Bedrockium-Drum. Hat mich ja noch 54 Diamanten gekostet. Ja. Die kriegst du irgendwann zurück in Raten. Hm. Mit Zinsen. Raten, Raten. Raten, Raten. So, bist du mittlerweile fertig da hinten? Äh, ich glaub dem ist... Dem ist der Koppel ausgegangen. Ist ja süß. Äh. Oh. Also ich hab noch einen vierfachen, einen dreifachen. Äh, drei dreifachen Kräfte. Okay. Das macht mir gerade aber auch. Mach mal zu, das Ding hier. Ja, sehr gut. Gut. Wunderbar. Hätten wir das auch? Och. Och Mann, ey. Warum packen wir das nicht mehr ins Inventar? Das ist ja furchtbar. So, das dann mal rein. Erde? Haben wir Erde? Ein bisschen. Nicht viel. Ähm. Ich würde sagen, bei der Faust, wir haben ja Klauen, ne? Nö, ich glaub im Lager haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, oder so. So, das kann man auch weg. Oh, das wird so gut wieder mal zu fliegen. Hehehe. So. Komm jetzt mal hier zu. Zack, zack. Gut. Wie viel brauchen wir circa? Äh, nehm mal drei Stacks mit. So ausreichen. Jo. Hoffe ich zumindest. So, die weg. Die weg. Alter. Komm. Und. Ui, wir sind da. Mohlraum. Tatsache. Ja. Auch noch. Dann einmal auffüllen, ne? Ja. Aber schön ordentlich machen, ja? Mhm. Mhm. Ja, ja. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Schön. Naja. Das kostet jetzt aber extra, ne? Ja, ja, klar. Ich krieg's sogar kein Gehalt. Ne, das ist aber auch noch schön bei mir. Hehehe. So. Jetzt, äh, schauen wir noch mal. Ich nehme mir jetzt hier erstmal ein bisschen Holz. Und dann schauen wir mal, wo wir dann, äh, das ganze Zeug wieder aufbauen. Und zwar würde ich sagen, hier kommt der Spawner hin. Obwohl, ne, der kommt drei hoch. Und dann, äh, welche Reichweite hat der fünf, glaub ich, in jede Richtung, gell? Müsste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist hier. Ähm, ja, ich glaub drei sind ein bisschen wenig gewesen. Oh, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder? Ja, ich glaub das war zu wenig. Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Und dann da noch einen hin. Dann hier wieder weg. So. Ich finde das jetzt auch hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das passt. Äh, ich glaub da hol ich mal ein, zwei, sechs. Okay. Oder, stop da. Eins, zwei, drei, vier, ja. Ach, ich nehme zwei mehr Kompetente. Bitte was? Ich bin mir sicher, ob da jetzt zwei Stacks nötig sind. Ich nehme mir mal kurz. Ah. Du guckst einfach mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut. Hätten wir das schon mal. Also hier muss dann auf jeden Fall, ähm, der Killer Joe hin. Hier. Ja, hier kommt der Killer Joe hin. Und das muss dann noch aufgefüllt, beziehungsweise mit Conveyor-Bells aufgefüllt werden. Weil was anderes haben wir ja hier nicht. Mhm. Wir könnten natürlich auch die von Immersive nehmen. Aber, ja gut, wir haben jetzt hier noch so viel von diesen, äh, von Open Blocks. Ne, extra Utilities. Müsste eigentlich auch aus, äh, ausreichen. Ne? Ja, ja. Eigentlich auch. So, okay. Ah, ich muss den noch langsamer machen. So, ja. Ähm, bis hierhin, ja. Äh, hätten genau drei gefehlt. Hä, ich hab, ich hab hier, ich hab hier ein bisschen. Ne, ne, ich hab, ich hab extra zwei Stecken mitgenommen. Achso, okay. Gut. Die Erde tust du halt hier rein, dann kann man respektivieren. So, dann, ja, hier. Hier geht's dann weiter. Ich mach halt hier den Dschungelbaum weg, fanz ich halt hier rüber. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum der nicht wächst. Warte mal, da hab ich gerade was. So, genau. Jetzt können wir den auch wieder ein bisschen schneller stellen. Äh, nochmal, genau. So, na. Ja, das kann weg die Erde, oder? Ja. Hm. Ja. Geht schnell, ne? Also hier, der Atomic Distance Hemdler, das ist schon ne Wucht. Ganz ehrlich. Ja, ich merk das schon. Ja. Ich find den richtig geil. Oh, ich bleib mal mit meinen Waffen jetzt hier, bei meinem Werkzeug. Ja, ne, das Werkzeug ist natürlich auch nicht schlecht, aber... Ja, ja. Ja, ich weiß. Oh. Ja. So, dann... Machst du den einfach rein? Ähm, der Killer Joe hat ne Reichweite von 5, gell? Jo. Ja, okay. Das passt. Aber machen wir das aber so. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, der war verkehrt. Äh. Ja, toll. Das ist genau die falsche Richtung. Genau die falsche Richtung. Was ist denn? So, äh. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Jetzt zeigt den die richtige Richtung. Und jetzt hier an oder so. Ja, genau. So, zack, zack. Und der Rest kann dann, äh, hier so runter. So. Jo. Wird ich mal sagen tun. Ja, tust du richtig sagen. Ups. Ja. So, mach du mal hier weiter. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar haben. Mhm. Weil dich jetzt ins Lager zu schicken, ich glaube, das wäre ein bisschen sinnbefreit, ne? Wieso? Ja, weil du nicht weißt, wo ich die Dinger hin habe. Ach, ich finde das schon. Ja, ich muss selbst mal suchen. Wo hab ich denn die Dinger hin? Gut, gut. Äh, da mal nicht. Oh, da. Guck mal hier. Und? Ne, da auch nicht. Ja, man hat nichts. Klaus, ich bin alle. Hier, du bist alle. Habt nichts. Oh je. Gib mich Arbeit. Ja, ich komm hier schon. Mach schneller. Ja. Nee. Doch. Keine Ahnung. Ach, Arschlecken. Ey. Was denn? Hier, lass mal deine frivole Fäkalsprache. Fäkalsprache. So, hier, bitte. Danke. Geht doch. Ja, du bist wie ein Typ hier. Kennst du dich anders? Äh, hier muss auch noch einer hin, gell? Hab ich einen ausgelassen? Na? Hab ich einen ausgelassen? Ja, hier vorne. Oh. Hier. Direkt vorm Killer Joe. Genau. Gut. So, passt doch wunderbar, ne? Wie die Forst aufs Auge. Ja. Dann, wenn sie irgendwie spawnen, dann, wenn sie dann dahin getrieben und dann, äh, da lang und dann kommen sie direkt zum Killer Joe. Ja, sauber. Schön, schön. Mhm. So, dann kann das ja wieder weg. Ach du heilige. Was denn? Oh. Äh, ein Kumpel hat mich gerade noch angeschubst auf einem anderen TS. Ja. Sollte mir mal schnell jemanden anschauen. Ich denke noch, muss das denn jetzt sein? Dann schaue ich mir den Server-Advent von dem TS an. Ja. Der ist schon ungelogen so lange online, dass er eine Fehleranzeige hat. Ich denke jetzt 23E12VX-Nobot. Mhm. Ähm, hast du noch ein paar Convear-Bills? 37. Ja gut, musste mal hinten so eine Reihe setzen. Da war ich ein bisschen, äh, ja, schludrig. Und nur so ein bisschen. So, also dass sie in die Richtung laufen. Bitte? Dass sie hier auch in die Richtung laufen. Ja, ja, klar. Gut. Wohin sonst? War ja vielleicht rückwärts. Äh, die sollen keinen Moonwalk machen. So, da kommt der Spawner hin. Genau. Gut. Ja, genau. So. So, gut. Dann, äh, du wolltest ja auch mal so ein bisschen lernen, wie man schön baut, ne? Mhm. Du hast mir da als Botanier beigebracht, jetzt zeigst du mir, wie man baut. Genau. So, nehmen wir mal... Ah, komm. Ne, nehmen wir den da. Das ist irgendwie traurig, dass man das in Minecraft lernen muss. Ach ja, komm. Regel Nummer eins. Wie lernt? Wie baut man? Block auf Block setzen. So. Erstmal hier machen wir nochmal einen zweimal breiten Rand. Damit wir uns das hier auch gut angucken können. Zwei breiten? Hm? Zwei breit? Zwei breit. Eigentlich sogar... Ja, ja, wir könnten eigentlich sogar drei machen. So. Kommen wir doch breit. So. Äh, noch einen sogar. Der war zu viel, egal. So. Gut. Dann erstmal hier. So. Ähm, ich würde sagen, wir machen da noch Glas drumrum, ne? Um den Kasten. Ja. Damit das Glas dann auch... Wenn wir ein bisschen... Äh, du hast grad ein bisschen Packet lost. Oh, tschuldige. Jetzt wieder, oder? Oh, jo, jetzt ist wieder gut. Gut. Also da, wo ich jetzt den Basalt Cobblestone hinlege, äh, soll dann später das Glas drauf. Ja? Jo. So. So. Ähm. Den müssen wir auch in den Ecken dann, oder? Nö, in den Ecken machen wir das anders. Ich weiß bloß nicht genau wie. So, und hier können wir dann, äh, da wo der Fußweg ist, äh, so Basalt-Löcke hinmachen. Komm, ich geb dir mal ein bisschen was. Den normalen beiseite? Ja. So. Ach. Mir geht immer grad echt der Regen auf die Nerven. Ich mach den mal gerade aus. Ja, okay. So, dann hier noch ein bisschen, hier noch... Bäh, schon wieder. So. So. So, 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 so. Ja. Genau. Und dann können wir, äh, hier drumherum dann auch noch was bauen. Hier natürlich auch noch ein bisschen. So. Ach, Mann, ey, ich hasse das. So. Was? Äh, ne. Okay, ich hab da noch ein bisschen. Warte, warte. Ah, okay. So, jetzt haben wir im Prinzip das Innenleben. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir... Ähm, warte mal, was ist denn das eigentlich für... Was denn? Fällt der jetzt auf? Ui! Ähm. Warum ist denn der jetzt gewachsen? Holst du die oben, oder was? Siehste? Lass mich einmal ran, kommt mein grüner Daumen zum Vorschein. Aha. Mhm. Der grüne Daumen ist wahrscheinlich so grün, weil da ein Popel dran hängt. Oh, stimmt. Hast recht. Ja, gell. Reinforced Dark Lash Hammer, okay. Das können wir mal nehmen und dann nehmen wir mal und zwar so ein paar Stone Bricks und noch ein paar Stone Slaps. Und dann, ähm, das wichtig... Also, ich mach das immer gern so. Ich mach gern Variationen rein, ne? Mhm. Ja. So. Und dann so und so. Zum Beispiel, ne? Ja. Da hast du dann hier so ein bisschen Abwechslung drin. Und das jetzt an jeder Ecke. Ah, da ein Slap, da ein Slap. Und dann hier so zwei Stone Bricks. Du kannst natürlich auch was anderes nehmen, grad was du zur Verfügung hast. Aber, ja, so ein bisschen Variation ist eigentlich nicht verkehrt. Das hast du auch schon ganz gut bei deiner Fassade da gemacht. Bei deinem Haus. Mhm. Ich weiß nicht. Die ganze Bude gibt mir irgendwie gar nicht mehr. Puh, hier. Dann bau dir doch ein Haus bei uns. Ist doch kein Problem. Dann stampfen wir das ein und du baust dir ein Haus bei uns. Ja, wobei ich oben... Würde mich sowieso freuen, wenn du, ähm, dich nicht so abkapseln würdest, sondern... Ja, na, abkapseln klingt ein bisschen doof, ich mein. Ja, ich weiß aber was du meinst. Ja, dann ist gut. So. Einzige, was du halt da stehen lassen würdest, ist halt wirklich da die Festung oben drauf. Das kannst du ja machen. So. Zack, 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 zack. Und wenn du willst, kannst du dann hier auch noch ein bisschen Varianz mit reinbringen. Ja? Also, dass man... Oh, jetzt fängt der Regen schon wieder an. Geh mal pennen, bitte. Ah, okay, oder so. Hallo Skelette! Und was ist die Verbekämpfung? Bitte? Einmal ungezieht, die Verbekämpfung. Ja. High Skelett. Ah, ich wollte die schon hauen. Ich hatte auch eine Idee gehabt. Oh, was haben wir denn hier? Da hätten wir zum Beispiel noch Oakwood. Dark Oakwood Planks. Und hier nochmal Dark Oakwood. Dann könnten wir hier zum Beispiel, ähm... Mitte. Hä? Das war... Ja. Hier ist vorhin nichts mehr. Okay. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf? Nein. Hat sich jetzt noch verzählt oder was? Ja, anscheinend. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, voll ganz in der Sicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na gut, das macht nix. Ist okay. Machen wir es eben hier so, dass wir, ähm... Ist dann so... Ne. War verkehrt. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir hier einen hin. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir hier einen hin. Genau. Ich hab gefragt, ob der mir das beibringt, den man baut und nicht wie man zählt, ne? Ja, 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 ja. Klar. So. Ja, ein bisschen symmetrisch, äh, symmetrisch sollte es schon sein. Aber dann könnten wir dann, äh, im Prinzip das dann nochmal rausnehmen. Also es ist natürlich auch viel ausprobieren und so. Dann hier und hier und dann hier mal so bisschen Holz rein. So. Und dann kann man natürlich auch hingehen und dann hier... ...das Glas reinpacken. Und es sollte dann natürlich auch ein bisschen stimmig sein, ne? Jo. So. Ja, komm. Ja. Und wenn du jetzt hierher kommst, was sagst du? Ja, hat schon mal gehört. Ne? Ja. Gut. Ähm, aber die Folge hat es jetzt hin... Scheiße. War das? Da bin ich versehentlich auf die falsche Taste gekommen. Die Folge hat es jetzt... Ja, ja, die Folge hat es jetzt hinter sich. Schön, ne? Einfach mal die Folge abgebrochen. Ach Gott. Naja. Die Folge hat es jetzt hinter sich. Äh, ich würde sagen, äh, vielen Dank fürs Zusehen. Gabt euch wohl, haut rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Jo. Du darfst jetzt auch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao.